Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Sophie Safe Space. Schön, dass du da bist, dass du vielleicht wieder dabei bist, dass du vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Hier gibt es Bodykind und Fat-Friendly Yoga. Also wenn dir das zusagt, wenn dich das interessiert, dann abonnier doch gerne diesen Kanal. Like gerne das Video, kommentiere auch gerne, wenn du Fragen hast, wenn es dir gefallen hat, wenn du Anregungen hast, alles in die Kommentare rein. Wenn du up-to-date bleiben möchtest zu allen möglichen Aktionen, News, Rabattcodes etc., dann melde dich gerne auch für den Sophie Safe Space Newsletter an. In der Beschreibung ist der Link dazu, wenn ich es nicht vergesse, reinzupacken. Nein, ich vergesse es nicht. Ist in der Beschreibung. Und folg mir auch gerne, oder uns besser gesagt, wie egoistisch. Folg uns gerne auf Instagram unter sophies-safespace und auch auf TikTok, sophies-safespace. Genau. Mach das gerne und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Yoga-Einheit. Ich werde hier nochmal gleich extra ein Video, ein ganz kleines dran setzen und dann so ein bisschen erklären, um was es hier geht. Du brauchst auf jeden Fall keine Hilfsmittel. Du kannst sie einfach hinstellen und Yoga machen. Das ist doch sehr praktisch. Genau. Deswegen, ich rede jetzt gar nicht mehr lange weiter. Jetzt kommt noch ein kleines Infovideo und danach wünsche ich dir viel Spaß. Manchmal kann alles sehr viel sein und man ist mit seinem Körper nicht mehr bei sich oder connected oder verbunden. Ich kenne das sehr gut und ich mache regelmäßig Yoga und ganz viele andere Dinge, um zurück zu meinem Körper zu finden. Jedes Mal aufs Neue. Aber auch mir geht es aktuell öfters so, dass ich mich sehr von meinem Körper entfernt fühle und mich teilweise gar nicht mehr spüre. Deswegen habe ich dazu vor ein paar Tagen ein Reel auf Instagram gemacht mit drei Übungen in einer Kurzfassung, Kurzvariante, wie du dich mit Hilfe von Bewegungsabläufen und Übungen aus dem traumasensiblen Yoga, T-S-Y, zurückholen kannst oder dich zumindest ein bisschen einsammeln kannst und wieder alles wieder ein bisschen zurückholen kannst. Dich vielleicht wieder mehr spüren kannst und auch Dinge, die man nicht mehr bei sich behalten möchte, ausschütteln kannst. Darauf kam sehr viel Resonanz und auch viele, viele Nachrichten mit Menschen, die geschrieben haben, dass es ihnen genauso geht, dass sie genau die gleichen Thematiken haben. Ich mache dieses YouTube-Video aus zwei Gründen, eigentlich aus drei. Erstens, damit du, die oder der dieses Video ansieht, weiß, dass sie definitiv nicht alleine ist oder er. Das ist das Erste. Zweitens möchte ich dir damit einfach ein Video an die Hand geben, das du immer wieder machen kannst. Es dauert nicht lange, es ist auch komplett im Stehen. Du brauchst keine Mathe, du brauchst keine Hilfsmittel, wo du dich wirklich innerhalb von wenigen Minuten wieder auf dich besinnen kannst, auf deinen Körper besinnen kannst. Das ist das Zweite. Und das Dritte, ich will es einfach machen. Ich will es einfach machen, genau. Deswegen geht es jetzt los. Finde in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, da wo du gerade bist, einen Ort, an dem du dich sicher, an dem du dich gut fühlst. Ich persönlich stelle mich sehr gerne bei diesen Übungen vor eine Wand, einfach damit ich hier hinten Sicherheit habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Ding von mir. Es kann aber auch sein, dass das wirklich helfen kann. Man weiß es nicht. Probier es gerne aus. Ansonsten zieh dir Klamotten an, in denen du dich wohlfühlst. Und vor allem Stress und überfordere dich nicht. Mach das Ganze entspannt und ganz liebevoll auch mit deinem Körper. Aber genau, auch wenn man vielleicht gerade nicht connected ist. Also ich kann es dir sehr, sehr gut nachempfinden gerade. Gut, dann fangen wir an. Klopf dich langsam aus und wir fangen an den Armen an. Du klopfst deinen linken Arm langsam aus. Und auch liebevoll, ja, also leichtes Klopfen. Auch mal in die Hände klatschen. Und dann den anderen Arm ausklopfen. Stell dir vor, du klopfst hier alles aus, womit du dich nicht länger befassen möchtest. Was du vielleicht loswerden möchtest. Was du abgeben möchtest. Was dein Körper, ja, was dein Körper verlassen darf sozusagen. Auch die Schultern ausklopfen. Und wenn es sich für dich in Ordnung anfühlt, dann kannst du auch ganz leicht auf deinen Kopf klopfen. Ganz leicht natürlich. Genau. Und dann klopfst du dich entlang deines Körpers nach unten. Wie gesagt, ganz, ganz leicht, ganz liebevoll. Vergiss deine Rückseite nicht. Genau, linkes Bein. Rückseite. Anderes Bein. Nochmal die Stellen, wo du denkst, dass du nochmal ausklopfen möchtest. Und dann, wenn du dich fertig ausgeklopft hast. Das kann so lange dauern, wie es sich für dich gut anfühlt und wie du denkst, dass du es machen möchtest. Danach im zweiten Schritt streif, mit Nachdruck jetzt, streif dir alles von deinem Körper ab. Stell dir vor, du hast dir jetzt alles ausgeklopft, was du abstreifen möchtest. Und das tust du jetzt auch. Du streifst wirklich mit Nachdruck an deinem linken Arm, an deinem rechten Arm, an den Rückseiten. Streifst du alles von dir ab, auch an den Schultern. Und auch am Kopf, ganz leicht und liebevoll streicheln. Hier ein bisschen weniger Druck. Genau, die Schultern. Und dann den kompletten Oberkörper, auch die Rückseite. Sozusagen wie eine Dusche ohne Wasser. Und dann richte dich hier mit Nachdruck auch an den Oberschenkeln, nach unten streifen, auch die Rückseiten. Auch mehrmals an einer Stelle. Tief einatmen währenddessen. Vergiss das Atmen nicht. Und ausatmen. Und dann bück dich nach unten und streif auch deine Schienbeine ab, deine Waden. Und auch dein Fußrücken. Ferse. Und andere Seite, rechtes Bein. Mit Nachdruck. Fußrücken auch wieder. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich genug abgestriffen hast, dann schüttel dich aus. Schüttel alles von dir ab. Vielleicht ist noch was drauf. Schüttel deine Arme aus. Deine Schultern schütteln sie aus. Oberkörper. Du kannst auch in deinem Zimmer rumgehen. Kannst du auch machen. Und dich währenddessen, ja, kannst auch so ein bisschen tänzeln. Alles abschütteln. Alles ausschütteln. Auch hier einatmen über die Nase. Und ausatmen über den Mund. Genau. Füße ausschütteln. Kannst du dich auch bei deiner Wand abstützen. Vielleicht gibt es dir mir deswegen auch Sicherheit, weil ich weiß, ich kann mich hier immer abstützen. Genau. Super. Das fühlt sich doch gleich schon ein bisschen angenehmer an. Ich finde, das tut gut. Komm in die Berghaltung. Tadasana. Die Füße sind hüftbreit. Arme sind von dir weggestreckt. Handflächen zeigen nach vorne. Und du atmest so, wie du atmen möchtest. Du schaust nach vorne. Dein Kinn ist parallel zum Boden. Und dein Gewicht ist gleichmäßig verteilt auf den Füßen. Und du spürst, dass du sehr gut verbunden bist mit dem Boden. Mit der Erde. Das ist eine Haltung, die dir sehr viel oder die auch dem Körper sehr viel Sicherheit signalisieren kann und auch geben kann. In diese Haltung kannst du auch immer gehen, egal wo du bist, wenn du gerade Erdung brauchst, wenn du Verbindung, wenn du Stabilität brauchst, wenn du Sicherheit brauchst. Ich finde diese Haltung sehr, sehr, sehr passend dafür. Dann lass die Füße hüftbreit oder so, wie du halt angenehm stehen kannst. Kann auch ein bisschen breiter als hüftbreit sein. Und dann streck die Arme nach außen und dann führe deine Handflächen Richtung Brust. Genau, das ist die Bewegung. Wieder zurück, streck die Arme nach außen und da ist Spannung auf den Arm. Die Finger sind auch aktiv, die hängen nicht, sondern die sind aktiv. Und dann wieder mit Spannung langsam alles Richtung Brust fühlen. Wieder zurück. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ich nenne diesen Bewegungsablauf Collect Me Back. Stell dir vor, mit der Einatmung sammelst du alles, was zu dir gehört, was vielleicht verloren gegangen ist. Wieder ausatmen. Sammelst du wieder ein. Ganz liebevoll. Wieder einatmen. Und ausatmen. Noch viermal. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Richtung Herz bringen. Ja, Richtung hier. Energetisch Richtung Herz. Und wieder ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und letztes Mal. Und letztes Mal richtig viel Spannung. Einatmen. Sammel alles ein, was zu dir gehört. Und ausatmen. Tadasana. Berghaltung. Wenn es sich für dich gut und auch sicher anfühlt und dir auch nicht schwindelig wird dabei, dann kannst du die Augen auch schließen. Wenn du merkst, dass dir schwindelig wird, wenn du die Augen geschlossen hast, dann schau nach vorne auf den Boden. Atme wieder so, wie du atmen möchtest. Und dann spüre in dich hinein, in deinen Körper hinein, wie fühlt er sich gerade an. Wie geht es euch gerade? Da dein Körper immer Liebe verdient hat, egal in welchem Zustand er ist oder wie eure Beziehung zueinander ist, streck nochmal die Arme aus, auch wieder ganz energetisch gespannte Arme. Und dann schenke dir und deinem Körper die liebevollste und sanfteste Umarmung, die du dir schenken kannst. Du kannst dich auch streicheln. Du kannst auch in deinem Zimmer rumgehen, während du dich umarmt hast. Und dann streck nochmal deine Arme aus, richtig energetisch, richtig wieder Spannung haben. Und dann sanfteste Umarmung mit dem anderen Arm nach oben. Vielleicht wieder ein bisschen spazieren gehen in deinem Zimmer. Und liebevoll für dich da sein, für euch da sein. Und dann löse deine Arme wieder. Schüttel dich aus, wenn es dir gut tut. Hände ausschütteln, Füße ausschütteln. Und dann leg zum Schluss deine Handflächen auf deinen Bauch. Komm wieder mit den Füßen hüftbreit. Blick nach unten oder auch Augen schließen. Und dann spür nochmal in dich hinein. Und vielleicht spürst du einen Unterschied zuvor dem Video. Vielleicht auch nicht. Ja, es ist beides vollkommen in Ordnung. Es ist auch normal. Ja, wenn das jetzt auch keinen Effekt hätte. Es wäre auch in Ordnung. Natürlich wünsche ich dir, dass es dir gut geht. Dennoch möchte ich dir einfach versichern. Mach dir keinen Druck. Mach euch keinen Druck. Versuch mit Liebe an deinen Körper heranzutreten. Oder mit Wohlwollen. Mit Freundlichkeit. Mit allem, was so schön ist. Wenn es sich für dich gut und ehrlich anfühlt, dann schenk dir ein inneres und vielleicht auch ein äußeres Lächeln. Zieh beide Mundwinkel nach oben. Und mit diesem Lächeln bedank dich bei dir selbst, dass du dir heute Zeit genommen hast. Dass du dir Zeit für dich genommen hast. Und dass du dir Zeit für euch genommen hast. Löse deine Hände langsam von deinem Körper, von deinem Bauch. Öffne deine Augen. Und dann meine es ernst, wenn du dich bei dir bedankst. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Du kannst dieses Video immer gerne machen. Wann es sich für dich gut anfühlt. Ich wünsche dir und deinem Körper, egal, wie gesagt, in welcher Beziehung ihr gerade seid. Oder wie es dir gerade geht. Ich wünsche dir und euch ganz viel Verständnis und ganz viel Wohlwollen und Liebe. Auch wenn das natürlich ein sehr großes Wort ist und sehr viel da drin ist. Aber, ja, wer weiß. Es ist halt immer ein Weg, alles, ne? Gut. Ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, wenn du von deinen Erfahrungen erzählen möchtest, wenn du erzählen möchtest, wie dieses Video vielleicht für dich war oder die Übungen, dann schreib das gerne unter das Video. Ich lese auf jeden Fall die Kommentare und freue mich auch sehr, wenn es dir helfen konnte. Also, pass gut auf dich, auf euch auf, wenn du die Kapazität dafür hast. Und dann wünsche ich dir, wann auch immer du das gemacht hast, einen wunderbaren weiteren Tag oder einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss.